Hallo Freunde, der NRWBoy18 begrüßt euch zu einem kleinen Let's Show. Lange ist es her, ich hab mal gedacht, komm, es wird mal wieder Zeit für ein Let's Show. Und da habe ich jetzt ein, in Anführungsstrichen, Spiel, was ich schon seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder spiele und ich auch, ehrlich gesagt, immer mal wieder vorhatte zu zeigen, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Jetzt ist es endlich soweit, jetzt möchte ich es euch zeigen und zwar geht es um das Spiel Stellwerk Sim. Viele von euch kennen ja die ganzen Train Simulator, Trains und der Train Sim und wie sie alle heißen, wo es darum geht, Züge zu fahren. Aber es gibt auch einen Simulator für den Fahrdienstleiter, sprich für die Person, die es ermöglicht, dass die Züge von A nach B kommen. Denn wir stellen Weichen, wir stellen Signale, wir stellen Bahnübergänge und, und, und. Und weil ich das schon so lange spiele, ich muss aber dazu gestehen, man, leider, ein und dasselbe Stellwerk, äh, möchte ich euch das nun endlich mal zeigen. Und zwar geht ihr ganz einfach mal auf die Seite www.stellwerksim.de. Dann landet ihr auf dieser wunderbaren Seite und um das Spiel spielen zu können, seht ihr hier auch im Vordergrund, dass ihr bestimmte Sachen haben müsst. Ihr müsst den Java 8 haben, der ist ganz wichtig, weil darüber läuft das Ganze. Und dann müsst ihr die Stellwerk Sim Software haben, die ihr euch hier auch über Download runterladen könnt. Einmal hier, Installation Java und der STS JNLP Download. Die beiden Sachen müsst ihr euch laden. Dann habt ihr natürlich noch die Notwendigkeit, euch hier anzumelden, hier oben angemeldet als NRWB18. Und dann habt ihr die Möglichkeit, nach der Installation hier diese Excel-Datei zu starten. Und dann sieht das wie folgt aus. Äh, warum ist denn jetzt? Machen wir mich nicht schwach hier. So jetzt. Genau, da haben wir oben Programmmeldungen etc. Das ist mehr oder weniger die Software, die jetzt mit der eigentlichen Software, beziehungsweise mit dem eigentlichen Simulator Kontakt aufnimmt und abgleicht, ob alles in Ordnung ist. So. Hier unten steht es auch mal. Stellwerk Sim ist ein Hobbyprojekt. Alles wird unentgeltlich in der Freizeit gemacht. Sollte man auch nochmal so dazu sagen. Hier sieht man dann natürlich die ganzen Teilnehmer. Also es ist jetzt nichts Unbekanntes. Hier hat man auch die Möglichkeit zu chatten. Und da habe ich, da bin ich. Und da geht also wirklich die Luzi ab. Dortmund-Mengede, Braunschweig, Saar. Genau. Jetzt werdet ihr euch fragen. Natürlich hat man hier noch unheimlich viele andere Möglichkeiten, außer zu chatten etc. Und das Ganze muss aber ganz, ganz wichtig im Hintergrund laufen. Erst jetzt kann man hier auf der Seite auf die Stellwerke gehen. Und dann hat man hier ganz Deutschland und angrenzende Bereiche. Zürich zum Beispiel, Zentralschweiz, Westösterreich und so weiter. Tschechien ist drin. Westschweiz. Und da hat man, wie gesagt, hier die Möglichkeit, sich dann ein Stellwerk auszusuchen. Da sieht man auch, wie viele hier gerade drin sind. Ich bin natürlich, wie sollte es anders sein, im Rheinland. Das eben waren alle Stellwerke, wo man sich zwar es auch raussuchen kann. Aber hier links über dieser Reiterleiste hat man die Möglichkeit, sich dann halt diese wunderschöne Grafik hier anzeigen zu lassen. Und dann kann man direkt auswählen, was man spielen will. Da ich nur Düsseldorfer Jung bin, gehe ich natürlich auf Düsseldorf Hauptbahnhof. Hier oben sehen wir dann im Prinzip die Bereiche, die sich hier dran anschließen. Hier sehen wir sogar, da können wir sogar in Belgien spielen. Und das, wie gesagt, öffnet dann auch gleichzeitig eine neue Karte. Es gibt auch Ereignisse hier auf dieser Karte, wie zum Beispiel ein Sturm. Oder wie jetzt hier zum Beispiel Bauarbeiten, dass andere Fahrpläne herrschen oder dass Züge umgeleitet werden und, und, und. Das bekommt man aber dann auch alles vorher genannt. Wir gehen jetzt hier mal auf die Karte Düsseldorf. Dann haben wir hier oben, das ist sozusagen unser Screen für die Simulation. Und dann haben wir hier drunter zu jedem Stellwerk auch eine Erklärung. Also, wohin die Strecken gehen, von wo nach wo, was da fährt, wofür zum Beispiel besondere Gleise genutzt werden. Für eine Wende zum Beispiel, hier unten steht zum Beispiel Gleise 245, 246, 100 und 200 sind Abstellgleise. Die Gleise 245 und 246 dienen als Wende für S-Bahn-Linien. Gleis 8 ist ohne Bahnsteig. Das 245, 246 gibt es wirklich. Und da sind auch früher tatsächlich S-Bahnen reingefahren und haben dann die Fahrtrichtung geändert. Das war die frühere Linie S1. Die wurde aber vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren oder sogar noch länger, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, verlängert. Die ist also dann nicht mehr nur bis nach Düsseldorf gefahren, sondern die ist dann verlängert worden nach Solingen. Insofern wenden hier auf diesem Gleis keine S-Bahnen mehr. Es sei denn, man hat irgendeine außerplanmäßige Wende und so weiter. Alles dafür, wenn die Gleise halt noch benutzt. Gleis 8 ist richtig, der ist ohne Bahnsteig. Das ist ein Durchfahrtsgleis. Die Gleise 11 bis 14, das sind die S-Bahnen. Und zwar haben wir hier oben ungefähr, muss man sich das so vorstellen, Düsseldorf von der geometrischen Lage der Gleise, muss man sich vorstellen, ist ein X. Und zwar kommen hier unten die Züge aus dem Raum Neuss. Hier oben kommen die Züge aus dem Raum Köln und Leverkusen. Hier oben kommen sie aus dem Raum Wuppertal. Und hier unten kommen sie aus dem Raum Duisburg. Und entweder fahren die Züge praktisch von Köln Richtung Duisburg oder von Wuppertal nach Neuss. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Die Ferngleise sind hier oben. Gleis 15 bis 20. Und hier unten, je nachdem wie die Züge fahren. Und dann haben wir zusätzlich dann noch Wendegleise von Zügen, die ja enden und so weiter. Das werde ich aber gleich alles dann erklären. Soviel also erst einmal hier zum Intro. Und wie gesagt, das haben wir zu jedem Stellwerk. Hier Dänemark haben wir sogar, meine Güte. Bundesbahnzeiten haben wir auch noch, also ganz, ganz alte Zeiten. Nun gut. Dann haben wir hier unten Stellwerksbewertung, Schwierigkeitsgrad und so weiter und so weiter. Und dann haben wir die Möglichkeit, ach nee, ich muss, nee, 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 nee. Wir müssen tatsächlich, das ist Quatsch, das ist nur eine Übersicht hier, hier tatsächlich in diese Liste gehen. Und da habe ich jetzt das Problem, dass ich hier nichts sehe, weil mir ist alles weiß. Hier haben wir Köln, Dortmund, Eickel, Wuppertal, Düsseldorf, Flughafen, Düsseldorf-Gerrisheim, Düsseldorf-Hauptbahnhof, da haben wir. Ja, und da klicken wir drauf. Warum dauert das jetzt so lange? Die Seite lädt, ich sehe es. Okay. Ach, immer, wenn man was zeigen will. Wir haben zusätzlich noch ein Telefonsystem, Stitz heißt es hier. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über das Programm mit anderen Leuten, die auch hier online sind, zu telefonieren. So, jetzt, da wollte ich hin. Jetzt haben wir also das eigentliche Stellwerk zur Simulation. Hier nochmal das Bild. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten, dieses zu spielen. Und zwar einmal in der Übungsumgebung. Das heißt, autarke Fassung ohne Kontakt. Das heißt, da sind wir völlig für uns alleine. Keiner sieht uns. Und es passiert auch wirklich nichts Außergewöhnliches. Im Online-Vernetzt-Modus, es gibt immer zwei Uhrzeiten, immer. Dann haben wir die Möglichkeit, dass uns andere Leute sehen, dass wir gerade Düsseldorf Hauptbahnhof spielen. Das wird auch über eine Infozeile allen Leuten bekannt gegeben, dass man gerade dieses Stellwerk betreten hat und das jetzt spielt. Und dann hat man die Möglichkeit, mit anderen online zu spielen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sich einer auf das Stellwerk Neuss einloggen würde, würden wir das hier sehen mit seiner Stitznummer. Er würde hier oben erscheinen. Und er könnte uns Züge angeben und wir könnten ihm Züge angeben. Dann komme ich gleich noch zu in der Simulation. Das ist das Besondere. Das heißt, man kann sich hier wirklich mit Freunden verabreden und wirklich ein realistisches Geschehen auf der Schiene, sprich Fahrdienstleiter, dann auch simulieren. Wir starten in den frühen Morgenstunden, würde ich sagen, 5.59 Uhr. Da drückt man drauf, es lädt, es öffnet sich ein neues Fenster. Und da sind wir. Dann hat man hier oben die Möglichkeit, ich mache das erst einmal ein wenig schöner. Und zwar, nein, so ein wenig ziehen. Das können wir uns hochziehen. So, da sind wir. Und da musst du jetzt hier, genau, online verletztes Spiel von Düsseldorf-Hoppernhof. Spieler NRW über 18, ich habe auch Stitz, hat Stellwerk Düsseldorf-Hoppernhof betreten. Dann haben wir hier die Region, die Nummer vom Regionsraum. Hier oben sehen wir auch direkt schon einen Zug, der aus Richtung Leverkusen kommt, nämlich der 2331. Das ist der IC 2331, der will nach Gleis 18, kommt von Leverkusen fern und will nach Duisburg fern. Das heißt, wir drücken jetzt mal...